und ja noch mal und jetzt haben wir da lernen weil wir das häufig machen die waffe ist natürlich sehr sick wird auch direkt gequippt nachdem ich habe hier zwei leid machine ganz so gab er die an die kann weg ganz anderes kaliber der alles so schlecht ist eine gute waffe deshalb machine gun die shotgun da auch an ganz anderes kaliber hier sonst nichts dann diesmal ich habe ja nur eine snipe immer noch ohne war nee 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 ich habe eine position breif ist was anderes behalte ich erst mal ganz habe ich keine genau dann habe ich revolver ich vergleich mal welche revolver ich noch so habe ja auch wieder ganz anderes kaliber hier hier auch noch mal okay dann möchte ich mal ein paar waffen weg du kannst weg du kannst weg die pistolen habe ich noch nicht verglichen kurz weg nein doch ich meine die pistolen vergleichen da habe ich schon die beste pistole gekippt oder was ja anscheinend schon dass die hier hat nicht so viel schuss die sekunde geht der hat vermutlich viele slots ich glaube deswegen ist der viel geiler stimmt wohl der ist jetzt kommen wo du kannst ja auch weg oder kannst du weg ja ich weiß gerade nicht ob ich war ich da habe ich schon das maschinen gerne kommt ja das soll greifen muss ich noch checken ich habe noch ein paar pistolen die ich kaufen kann ähm weil hier fragt der exzessiv mach ich das nicht weg den bald ich ja der kommt weg dann noch sold rifles was ist denn hier noch besser der hier der hier das jahr ist schon groß unterschied noch okay ich habe zweimal die gleiche waffe 311 und dann noch mal zwei double-barrel-shotguns dann noch mal also ich habe hier den hier nämlich die ich hab dann den hier nämlich den dann habe ich meine sniper okay dann habe ich in der mission keine ahnung was soll ich noch ein bisschen weiter vorne wir haben ja hier gestoppt wegen zum verkaufen wobei bevor wir haben auch andere sachen nicht verkaufen kann junk kann ich verkaufen und kleidung bei beziehungsweise erst mal nehmt sich nicht viel ich werde meine aktuellen so diese habe ich so Oh da... Ah, mein Gott. Ah. Ja, ja. Waaah. Ich hab nichts. Ich bin bald noch. Huh. Er verkauft die Sachen erstmal nicht. Das hier, das hier... Passt. Ich dachte, es ist die Polizei. Ich dachte, es ist für irgendwas anderes. Oh, Frames. Frames. Nicht verlassen. Hier ist ein Waffenschock. Ich muss alleine sein. Du schaust dich? Kannst du nicht helfen, dass die Retail einfach dein Hobby nicht. Und dein Telefon. Du willst zu kaufen? Du willst zu kaufen? Du willst zu sprechen? Du willst zu sprechen? Fuck off. Ich würde gerne ein bisschen kaufen. Also, ich würde ein bisschen kaufen. 13. Der sieht nice aus. Der ist auch fucking teuer. Die Legendary Sachen könnte man vielleicht kaufen, ne? Boah. Spielen. Was ist los? Dass das Bild so... ...flackert. Also, so hängt. Was ist jetzt so viel los? We gotta smoke, huh? Gibt sich jetzt so viel los? Die Kopfschmerzen, wirklich. Die Kopfschmerzen davon. Oh, pfff. Die Kopfschmerzen davon. Haha. Bist du ein bisschen jung, um ein Geschäft zu machen? Niemand in der Familie muss der Schaap-Winner sein. Ich kann counten und ich habe gute Hände. Alles, was du brauchst. Ich bin so... ...koschen heute nichts und gut? Ich arbeite nicht mit nichts weniger. Du musst dich selbst und deine Kunden auch haben. Hmmm. Was? Wann ist das? Wann ist das? Wann ist das? Wann ist das? gibt er so buffs dann ist man raus ich werde das nicht lesen und die müssen sich auch stark anfühlen was wird man die nicht benutzen schnell weg hier ist anstrengend ihr implements sie look half done done or not done it is of no importance a big who does not defile his body through cyber modification it is against the platimoksha and yet they knew about this for me there is no return hold on somebody forced you not just me my brother too they drugged us desecrated my body and all the while they mocked me how can you do this to a fellow human being and still mock them make some sense you go and do something like this why we were out begging for alms when when they approached us they laughed at us and asked if we would take implants as a donation they looked more machine than human they told us they would improve us like tools maelstrom how about your brother he's still with him yes I was first then they were trying to decide how how to modify you look like someone who can reason with these people I beg you please help my brother I only hope it is not too late I do not wish for him to end up like like I have oh my god I had to think about this to do something fine I'll help but just so you know things might get ugly maelstrom doesn't mess around there must be some other way help us please but without any bloodshed I beg you I'll see what I can do either way your brother is getting out I do not know how to think thank you they're keeping him in a shop just north of here you shall find it next to the road along the docks how poetic a monk in distress they should include this in your epic what are you gonna do cross your legs and meditate till they drop dead wish you drop dead let's go or otherwise all right no no then there is still a phase of 18 wieder weg den johnny weil das hier schlimmer das oh mein gott schnell weg hier vielleicht lad ich das spiel gleich noch mal gucken besser wird sich ein bisschen abholen es wird nicht wirklich besser ja warte ich speichere kurz das spiel stehen spricht dann neu gucken ob es dann besser wird aber noch zu schlagen das wohl mit leben er ist erstmal die mission sagte man genau you could deal with our problems first instead of every good cancel your way but where since you're so help and and saving that man in the stress data us over to the warehouse maybe you can save him before this size and kind of curse how you will do it actually go all three haken passes are you gonna do let's get the job dann ja wir schleichen dann so wie wir es uns auch machen da habe ich jetzt ein bisschen erfahrung gesammelt hier haben wir noch was hier haben wir noch die hier Das ist so eine gute Fähigkeit. Was würde denn das sonst niemals? Das ist so eine Waffe kann weg, ich mache da nichts. Das ist so eine Waffe. Das ist so eine Waffe. Fuh, Fuh, Fuh. Fuh, Fuh, Fuh. Gut, wo denn? Finanzen. Fuh, Fuh, Fuh. Fuh, Fuh, Fuh. Fuh, Fuh, Fuh. Was ist das? Fuh, 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 Fuh. Fuh, 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 Fuh. Ja, gut, hat der Glück, dass da sonst niemand war, ne? Was ist da? Sonst scheint hier niemand zu sein. Ich dämme jetzt nicht jeden Bullshit mit. Ich werde jetzt wirklich lesen, was da steht. Weißt du, das wird echt nervig sonst mit der Zeit. Okay. P auf Juicy. Gut, ne, so werde ich Red Shrew. Die Waffe ist sehr gut. Neh mich. Zeig 6 dran, weil die so gut ist. Die Waffe ist sehr gut. Aber ich habe noch was, um den Miner, ador. Oh, das war's. Das ist Lächter, die ich für meine Ideen kann. So viel ist gut. Das sind gerade 5 die Fanaten, ey. Ähm. Die fitte Geoos. Sind hier noch welche? Ach so, man hätte auch, hätten springen müssen, okay. Okay, da sind noch zwei. Das geht natürlich nicht. Ich wusste gerade nicht, heute, da jemand kommt und dann nicht, ey. Alter, er kommt nicht zu uns. Ich warte, bis er sich umdreht. Es ist sehr nett, dass man das sehen kann. Es ist nicht so nett. Ah, ah, nein, 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 nein. Ich fack die Kamera-Warn, Alter. Okay, ich sage es, wenn ich den jetzt versuche platt zu machen, wird er sich umdrehen. Ja, Digga, ich sage es doch. Ich sage es doch. Ich habe es so hart gecallt, ne? Ich muss mich hier verstecken, sonst bin ich nicht rechtzeitig. Jetzt muss ich aber wieder eine Minute warten, bis er sich umdreht. Oder warte, kann ich jetzt die Kamera hier stracken? Fuck, Alter. Das war das Falsche. Ja, kill mich, ey, das war so scheiße vom... Ich dachte, es wäre die Kamera gewesen. Mann, was mache ich da, Alter? Irgendwas hat er da Checkpoints, Alter. Oh, 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 oh. Alter, schwieg habe ich doch nicht einfach so... ...da rauslassen. Oh, come on! Digga, wie soll ich schienen? So ein Dreck, alter. So ein Wichser, alter. Skull, nice. Boah, ich dachte, der dreht sich jetzt von mir. Da ist sonst niemand. Oh ja. Bei mir ist doch gar nichts. Warum seid ihr hier? Do not do this. Implantation ist gegen meine Polizei. Please, ich will nicht. Calm down. It's over now. I'm not with them. So, what are you doing here? What happened? Glad ich hier in time. Are you okay? Did they do anything to you? I was lucky. They could not decide which implant would be funnier. Cyber psychos. A lot of them. A lot of them. One of them wanted to remove my jaw. The thought itself gave me shivers. Thankfully, did not get the chance. To what do I owe this intervention of yours? I was walking by, caught some lame jokes about metal monks. Think about Maelstrom. They're never just joking. Nah. The truth, your brother sent me. He didn't want the same thing to happen to you. From the bottom of my soul. Thank you. I'm especially grateful nobody was killed. May you continue on the path of peace. Nope. What compels these monsters is of no consequence. It's not up to us to judge what they deserve. Uh, yeah. Sure. Tch. How'd you even get taken by Maelstrom? Most people avoid him like the plague. We are here as strangers. We wander from place to place. When we arrived in Night City, we had no time to identify its dangers. Don't monks live in monasteries? It used to be they did not. My brother and I belong to a group that follows the earliest Buddhist teachings. It is an interesting life. We have met many unusual people. Yeah, so I see. There's no need for sarcasm. We know the world is dangerous. But if one takes no risks, one will never know what lies beyond the front door. I'm sure you understand. Your brother's waiting for you. Not far from here. First, I must catch my breath. And then I shall go. It is him who shall need saving now. Look who's taken the righteous path. If you're so afraid of killing, maybe you should have become a monk instead of a merc. Killing isn't the solution to everything. If you want to change the world, there's always a price to be paid. As for these chrome fucks, you think they got all this gear by sitting around going, ummm? If they had enough to spare on monks, then surely they don't need all of it. The police expert have confirmed the identified virus can lead to your face again. They are again. Mm-hmm. Oh, Mercedes-Benz, I wanted to go out. Yeah, well, yeah. Yeah, well, what you do... Das ist mir jetzt auch eigentlich egal. Ein bisschen haben wir ja gemacht. Sehr schön, sehr schön. Was gibt's denn noch hier, so was wir machen können? Nee. Clothing, nee. Hier können wir... Machen hier erst mal so die Sachen, finde ich. Machen wir das hier, obwohl... Ah, very high. Ah, very, very high. Let's see. Das Auto ist nicht despawned, das ist natürlich best case. Nimm mir jetzt auch nicht jeden Dreck mit, ey. Alter, der ist legit vor meinem... Was denn, du dir, ey? Aber exakt funktioniert das Fahndungssystem. Wie man es sieht. Das ist ein Polizist, ich glaube so. Ach, das ist MCPD, aber irgendwas anderes machen wir. Wir haben halt die Hoffnung, wenn ich hier sowas mache, und ich die anderen Fahrzeuge nicht nerve, wobei, wenn die so schlau sein und darüber fahren, weiß ich nicht, dass mein Auto da nicht hieß, bauen zu müssen. Ah, muss aber hier hoch, ne, was ist denn gerade passiert, ey, was denn? Einen Moment, also ich probiere mal was aus, also zum Beispiel jetzt hier Gameplay Video, lass mich bei den Trey Trace Mode gehen, dann ist das halt 30 FPS, ne, fühlt sich sehr weird an, wenn man sich dran hat, weil man das ein bisschen macht, ne, deshalb habe ich auch, die können sehr viel gespielt, jetzt wieder so, ne, irgendwie, ich weiß nicht, was das ist, egal, lassen die mich durch, ja, okay, die wollen Beef, okay, dann kriegt der Beef, Alter. Ja, das ist das, was die wollen, ey, Mann, Mann, Mann. Ich muss ja erstmal Spray nehmen, weiter geht's. Mann, Mann, Mann. Ich hab den Gefallen getan. Äh, doch, doch, da geht's. Äh, irgendwas, irgendwas. Hä? Ach, ich soll hier hoch, ah. Habe ich gerade einen Double-Jub gemacht? Irgendwie schon. All NCPD Subcons. All NCPD Subcons. ABPB. APB. Out of Suspect. Accused. Over the Scram Activity. Near Ross Street. In Chibyard Way. Cashed led by Yelena Sidova. Presumed to be armed and dangerous. Have assaulted multiple homeless persons. Nightly. They're reserving a reward financial in the threat. Calling all NCPD Subcons. Also, das war nicht der Gerichtex, egal. Ja, machen wir auch kurz einen Prozess. Naja, der pazifistische Weg von mir, den man so kennt. Achso, das waren die schon, lol. Ich dachte, da wär noch was. Was war denn das? Ja, irgendwas mit Help für mal. Ich will coolere, coolere Fähigkeiten. Okay, haben wir das. Ja, das machen wir nicht. Das ist jetzt nur da, weil ich in der Nähe bin. Ah. Hier ist was. Mir ist es, wir sind ungekar, wenn wir äußern, die loswerden zuięIC haben. Jungs. Das war's. Ich bin nicht einer, als ich mit den Jungs noch nicht weiß. Ich bin nicht mehr verstanden. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin keinem. Was ist das? Hey, we the NCPD got a call about the Cybersighter Crescenter Patrol. Es ist Zeit in ein paar Stunden, wir haben noch einen Rapport zurück. Ah, gut. All right. I can't. The game will not be able to go on. Oh, that's right. Oh shit. Dude. Oh my god. Oh my god. Oh my god, der ist aber... Ja, Alter, einen Moment. Ich hab doch so... EMP-Granaten oder so, ne? Ne, nicht EMP. Irgendwas anderes. Was so die verlangsamt. Oh, was war das denn? War das ein Implant? Irgend so eine Sache. Dammit, ich weiß es nicht mehr. Lass mich dem aber mal Attachments geben, ey. Pack einfach das Teuerste drauf, dann möchtest es wertvoll ist. Meine ist solid, oder nicht? Ich weiß es nicht, was man so anders machen könnte. Was ist das denn? Es ist ja, bye-bye. Why not? das hier genau wie ich kann das nicht das ist oh 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 was oh was der ist ein bisschen hart der ist ein bisschen hart für mich oh komm ich geh jetzt er ist zu hart für mich ich kann ihn doch nicht jetzt machen hat er irgendwas dazu angezeigt ne ne außer dass das jetzt mal sehr hart ist jetzt hat natürlich meine sachen hier nicht übernommen dankespiel für nichts ich speichere gleich ab das so und so obwohl es eigentlich ganz gut so und so und doch hier cyberware und das hier das hier ich speichere nochmal ab weil ich will hier sterben wie das das ist ein quick ding der aber nicht hier ein slot hier nimmt ne ich verstehe das kann man häufiger machen ja ich bin ein bisschen zu schwach hier für oh 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 shit die 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 Ach, der hält mich gerade out of sight, der Dolly. Loll. Ob ich mich ihn einfach hinten anschleichen kann? Oh, jetzt bräuchte ich meinen Shot, der hat nichts geworfen. Oh, jetzt gedämmen wir was. Wait, 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 wait. Oh, ja. Oh, ja. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Okay, ich warte, bis der wieder hier und denk, Super geht. Ich muss nicht Stagger reden, wenn ich ihn treffe, ne? Der ist wichtig. Warte, bis der noch ein bisschen näher kommt. Aber da kann ich ihn besser treffen. Aber nicht zu, no, wenn es killt er mich. Okay, jetzt. Sooo. So, sonst hier nichts. Hier ist er. Oh, jetzt habe ich einen besseren Sniper. Nice. Alright. Pfeffel ammo. Bei Bioshock wurde es wenigstens erzählt, weil da war auch sehr viel Stuff. Aber hier, das ist alles lesen. Weiß ich jetzt nicht. Eine vierte Beast of Night City. Jetzt ist hier aber nichts. Schöne View. Ich weiß gerade nicht, warum er diesen Fokus gemacht hatte. War sehr weird. Water, Chrome and Blood. The Fourth Corporation War. Alright, jetzt muss ich... den hier mal machen. Sooo. Bisschen dunkel bei mir. Ähm, sonst... Gut. 55, BD. 55, BD. Ja, das sieht solid aus. Was soll ich denn hier machen? Oh, bin ich hier gar nicht reingegangen. Hm. Hm. Sie wollen das nicht synchronisieren, ich muss das immer schreiben. Verlust Flatline Looks like our guys was a mark on a corporal contract after he outlived his youthfulness, he hit the streets, combat implants still intact, combined that with homelessness, PSD, and not tracking unheaved psychomats, you can picture the rest. Schreibt sie Shame we didn't try to save, a bad friend of mine sent me his back, guys had was messed, he must have been taking four times those to make it through the day, co-op cutoff his health insurance cashed right up, taking time bomb explode, maybe if he were just gonna bag on his mess, things would end happily even after. Yep. Dann haben wir das gemacht, was sehr gut ist. Jetzt dann... Ja, komm hier for run, mach mir mal den hier, und wir haben vier von ihr, so wenige erst. Was für ein Ring ey, aber das ist auch very hard, mal gucken. Ich bin aber auch... Bisschen stark oder nicht? Bisschen. Ich finde, in Cyberpunk gibt's so wenig Neonlichter. Aber vielleicht kommt das noch in den Russenstädten. Weil so nachts jetzt, im Tag ist es egal. Weil ich stell mir so Blade Runner vor, ne? Als Kulisse. Aber es ist auch schwierig, das bei so einem großen Film zu vergleichen. Die hatte ich schon mal, also das ist halt mir so egal ey. Was ist mit dem los? Ah, die Straßen sind so eng, ne? Das ist halt nice. Also eng, Anfangsschluss. Sorry. Ah, die Karre kann ruhig verschwinden, wenn ich sie jetzt so parke. Entschuldigung. Entschuldigung. Oh. Das ist sinnvoll. Ich weiß, wo ich mich erst zu schießen, bevor ich es machen kann. Oh. Typisch. Typisch. Ich weiß, dass ich so sagen kann. Typisch. Typisch. Ich war mal. Ich bin mir dabei. Aber ich frage ich sie. Ich bin dran. Im. Oh, no, no, you don't get it. That body and this one, I'm the same person. So, what? I'm seeing double? I used to be twins, which you could probably guess. The twins had a close bond. They wanted to be closer, stronger. So they installed neural oscillation sinks. And now they're, well, me. One person, two bodies. My bodies do everything together. Oh, what? You really do everything together. Even under the sheets. I have one girlfriend for both bodies. That's what you're asking. Shared between both. So, what? One takes waist up and the other's on booty duty? No, she's with one body Monday through Wednesday and the other Wednesday through Sunday. Frick. Okay. I guess it fucked you two up. Not you two. It's just me. And where's the sportsmanship? Sheesh. Come back when you wise up. Be waiting. Don't think this one. You have to defeat the champion of Kabuki. You know the stakes. You know the place. Now get your ass out and win. Alright, Kabuki. Yeah, pass schon. I'm on stage. Fine. But we're raising the stakes. I don't know. I don't know. I don't know. Can we get started? Sit. Show me what you got. I forgot how you fight. A minute. Man, man. How can you fight for another one? Mini combat Okay, also fast erhalten der zwei dings hat zwei weiter von der blogging gibt es noch mehr was ich machen kann das scheiße ist doch nicht so schwierig hast du gesehen? counterattack! das sind meine aiming moves oh mein Gott stop stop i give up and you had enough like your brother or hungry for more that ain't my brother oh that's me jesus what's so hard to understand here your winnings yeah good all don't worry there's always the next fight stop talking to yourself listen out of curiosity you guys can read each other's thoughts no no same person same person same thoughts if that were in the case i'd be on schizoid mats incredible well it's good to see you transition from circus ring to boxing ring give me a break hey sure the ripper didn't swap anything else out felt like i was fighting against four left hands fuck you genau das hab ich mir auch gedacht fuck you ähm coach red heard you whoop those twin freaks ass good work keep it up yeah mate das war zu einfach ach man ey was denn das horn und will die musik ist aber schön georgen georgen das nächste sin um side job georgen mehr feiten s feminist wo ist denn das jetzt das alles super weiter weg all s What the fuck? Das war ich jetzt nicht. Geh hier hin. Aber hier noch. Achso. Na oben habe ich jetzt soweit alles. Deshalb. Also was jetzt gerade da ist. Na und. Da war ich halt damit weiter. Okay, let's go. Aber warum so versteckt hier? Wie geile Fights, ne? So, äh, meine Karre ist aber woanders. Die ist sogar noch da. Oh je. Die warten aber hier. Na, also die Kai ist hier immer noch super dumm, muss man sagen. Ich bin doch eine bessere Karre. Ah, warte vor den Zebrastreifen. Smartster Typ. Ach, sind doch alles so geile Karre. Obwohl der ist, oh. Oder ist er abgeboren. Ah. Ah. Was macht der? Was macht der? Wait, wait. Was war denn das? Was? Ja, schwierig, ne? Ja, die Kai ist immer noch dumm hier. Also es konnten die ganzen Maffern nicht sagen, das hätte ich mir gefixt. Oh, jetzt wollte er gerade, aber es hat ja gar keinen Sinn gemacht. Ja. Ja. Gibt's noch einiges, was man in diesem Spiel, ähm, noch updaten kann, sag ich mal. Oh. Oh, jetzt. Oh, jetzt. Ihr wisst noch Bescheid, ne? Sorry. Oh, schlau vom Spiel, dass mein Auto geschrottet ist, weil ich halt über Autos glaubt, das wär nicht gut gewesen, hätt ich immer mein Auto gefrühlt, sag ich mal. Ähm, vielleicht auch nicht verschiedene Radio, was ist denn das jetzt für ein Radio? Radio Packback. Aber die Map ist ja nicht so groß, wie man denkt, ne? Muss ich sagen. Und so vertikal geht's jetzt auch nicht, sag ich mal, leider. Hier darf man parken, siehste? Das mach ich jetzt richtig. Jetzt nicht die Spot. Nein, das wäre sehr lieb. Geht nicht. Ja, wo muss ich denn hin? Hä? Ich weiß selbst nicht, ey. Folg mal dem hier ab. Wie geht das? Ach, da sind gerade voll viele Leute, ey. Nur für keine Autos, oder doch? Hier ist ein Ripper-Dog. Mann! 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 Was ist das? Was ist das? Was ist der fuck? Hä? Weiß hier schonmal, aber wie leute hier, framerate geht doch etwas runter. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich muss mal gegen die Räute knallen, ey. Ich muss mein Auto nachher wieder finden, ey. Oh, wait, ist das hier? Lol, ich hab gar nicht drauf geachtet, als es um deiner war. Lol. Ach so, nein, oh. Ist ja Hauptquest. What are you doing to me? Will ich noch nicht jetzt machen, deswegen ist es auch vorbei. In der Hauptquest ist das ein bisschen mehr los. Der Fakt, hier war doch noch was. Mal gehen wir dort. Gut, dass das nicht so viel getriggert wird. Hauptquest machen wir jetzt erstmal das. Sehr gut. Oh, my bad. My bad. Oh, Gott. Oh, my bad. Was für ein Job. Gut, als hätte ich behaupten, die Stöber-Ber-Ber-Ber-Ber-Ber-Ber-Ber-Ber-Ber. Daher. Ich habe einen call von Jacob Blam, von der guten alten Ex-Direktor. Ever since Bushidox, made a loss of a billion, the guy never sat fort on his set deck, and Jacob makes the play with playing cards. One time he tried to suck an illegal tiger claw casino at the back of the cashew. Henton Eteri thinks weren't looking good, but instead of getting up from the table, he waited until he would first spend all his money, then his watch, wedding ring, and finally one of his optics. Jacob wants to simply inspect, sending you the coordinates of the casino where he lost it. The eye is still there. How do you get it? Your base, not mine. But this is now Clown B, right? There are so many gang members. This here is Casino. I can see, yeah. Henton, Cashew Henton, yeah? Yeah. What about you? Yeah. Have you ever tried that? You can't see the score. What do you got? What do you got? Super mommy didn't teach you three? Yes, hold on. Direct is fresh. Okay, it's fresh. Oh. 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 Hey man, I gotta try this. Oh no. Oh no. way there, they go. Oh no. Huh? Yeah. There is too many people. Oh no. ich mach mal die Tür auf und die facken Arme ich wollte schleichen eigentlich so noch welche wichser hier aber ich jetzt ja hat mich gut zerstört und da sind noch weitere Gegner mach ich jetzt platt was willst du? Mann ey Pisser da sind noch weitere Dudes Bamm Junge ja es ballert hart oh nein oh mein Gott schnell mein Osmospray nehmen ey ja also Shotgun ballern ist geil vor allem mit der Musik im Hintergrund ach ach das ist so ich wollte ja nicht jeden Trash nehmen ne muss ich beachten also außer so'n Trash so ne das sollst du einfach vermessen sehr ruhig hier geworden ne das machen wir gleich ich hab' den falschen hier angelegt ja kann man mitnehmen die ist doch auch ganz gut aber nur ganz leicht schlecht als meine pff ah wohl ah gut das ist doch da nehm ich mit kann man gut verkaufen die Smart Double Barrel Shotgun ach so ja gut da war ich nicht mehr ziel ne das ist das Ding okay ach da steht Kippo sorry ey haha ja gut ich war ein bisschen zuvor ehrlich was das angeht aber trotzdem jetzt und direkt angekündigt so mach Okay, was hat mir das jetzt gebracht, dass ich die G-Card gefunden habe? Steht nicht dazu, aber... A, B, D, 1, C, 1, C, B, D, 1, C, 1, C. Hä, ist doch easy. Jetzt nochmal 1, C und E5. Ah, ne, 1,5 ist echt nicht... Ah, ne, brauche ich nicht mehr, okay. Du scheiße, die sind voll teuer, die... Äh, die bringen voll viel Geld, meine ich. Nimm ich die doch mit. Ja, da war doch noch feier, oder? Ja, da war doch noch feier, oder? So, weil wir das ja jetzt halber ein Moment, das war hier was. Jetzt hier noch irgendwas interessantes. Oh ja. Röttgen gefällt mir sehr, aber... Okay, 1, C, 55, E9, 1, C, 55, E9, war doch easy. Dann nochmal E9 und 1, C, war doch nicht. Verstehe ich manchmal nicht. Da liegt das, weil wir noch so ein Buffer haben, dass wir das... Hier, Jacob Lamb's Eye haben wir doch. Puzzle Up in the Drop Point, ja, wenn wir machen. Mei Belline Kunden wollen. Guck einfach nicht. Aber mach es, nee... Genau. doch was ist es da gibt natürlich muss es da der Vorsitzenden und die Leute hier sind er ist stehtet ihr warte ich habe eine bessere Sniper um bestimmte es geht noch meine ganzen Sachen durch später die hier ein Moment ich gehe mal das hier weg machen soll ich bei den anderen auch machen die noch Sachen gequipped haben die ich nicht benutze mache ich werde ich noch machen so dann das hier und dann hier einfach das teuerste nehmen das wird schon das beste sein hier oh was Das ist ein Problem, ey. Das ist kein guter Snap-Ersatz, muss ich sagen. Ey, ich will nichts mit der Polizei zu tun haben. Ganz schnell. Oh, ich muss die jetzt verlieren. Oh, im Moment. Die sind schon da. Warte, das sind ein Sackgasse, oder? Oh, scheiße. Ne, ist es nicht. Oh, zum Glück. Ich komme gleich wieder, ey. Ich habe meine Waffe weg. Dumme Polizei, ey. Oh. Oh, die Polizei ist hier nur nervig, weil... Der GTA weiß nicht, wie ich die verlieren kann. Hier nicht. Wie kriege ich die denn jetzt los? Sag's mir. Oh, sorry. Nein, 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 nein. Oh, was ist denn das jetzt? Was seid ihr denn für Leute? Oh, was ist denn für Leute? Digga, die schießen einfach auf mich. Aber die müssen jetzt auch ein bisschen was lernen, ey. Ja. Ah, das ist scheiße, so. Die sind zu weit weg. Warte, ich kann aber das hier nutzen. So dumm, Alter. Oh, was waren das für Leute, Alter? Ich wollte mich nicht verstecken. Ich wollte mich nicht verstecken. Ah, scheiße, Wolver. Ah, ha. Ah, das war wieder so ein Dreck. Die sind doch hier... Die sind doch hier... Brote zurück... Brote zurück generieren. Das ist natürlich ein Fachbegriff, aber... Random Jobs halt, ne? Die halt immer wieder auftauchen. So, wo komme ich denn wieder... Oh, ich wollte gerade sagen. Aber schwimmen kann man in dem Spiel, ne? Oh, ich wollte gerade sagen. Jakob hat seine Augen zurück. So I'm closing this gig, but Vee, we both know that wasn't top-quality work. Maybe try a little harder next time, okay? Get closed, and thanks. Yeah. Thank you. 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 Oh, fuck me. Das war's für heute. 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 Stay in your hidey-hole for all Ike gear. Alright, keep looking. I've got this. Stay in your hidey-hole for all Ike gear. I think you're open to this state of the game. Stay in your hidey-hole. There are nothing left to do. There's no right to see. You're right, nothing left to see. The game can 창피 see right there, but they can end. What I can do is speed. I can't do it. I can't do it. Let's finish the game. I've got this All right, keep looking. I've got it. I've got it. I've got this. All right, keep looking. I've got this. All right, keep looking. 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 I've got this. All right, keep looking. Show yourself, man. All right, keep looking. All right, keep looking. I've got this. All right, keep looking. I've got this. I've got this. All right, keep looking. 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 Oh, Mann. Fuckin' hell! In a city taming with desire, we'll do anything to scratch every inch.